Willkommen bei Mobil.com Debitel und der Cloud mit dem Smart Organizer. Das ist Paul. Paul hat viel um die Ohren. Für die Steuererklärung braucht er noch ein paar Rechnungen. In zwei Wochen heiratet sein bester Freund. Aber wann genau war nochmal die Trauung? Und war da nicht auch noch die Kündigungsfrist für seine TV-Zeitschrift, die bald abläuft? Ein Glück, dass es die Mobil.com Debitel Cloud mit dem Smart Organizer gibt. In der Cloud speichert Paul alle wichtigen Dokumente als PDF ab. Dazu fotografiert er die Unterlagen einfach mit der Mobil.com Debitel App ab. Beim Hochladen in die Cloud wandelt der Smart Organizer Informationen wie Adressen, Fristen, Preise und ähnliches in Text um. So findet Paul seine Rechnungen für die Steuererklärung ganz leicht. Er gibt zum Beispiel einfach die entsprechenden Firmennamen oder einen Rechnungsinhalt ein. Fertig. Genauso schnell taucht auch die Hochzeitseinladung wieder auf. Die Kündigungsfrist für sein Abo hält Paul dank der praktischen Erinnerungsfunktion ein. Mit dem Smart Organizer hat Paul immer Zugriff auf alle Unterlagen. Egal ob mit Smartphone, Tablet oder PC. Schnell suchen, schnell finden, nichts vergessen. Dank Mobil.com Debitel hat Paul endlich wieder alles im Griff. Gemeinsam geht mehr. Mobil.com Debitel 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 Vielen Dank.